so hallo zusammen ich bin es mal wieder und ja willkommen zu einem eigentlich etwas später angedachten video aber das muss jetzt raus denn es ist so viel in anführungsstrichen vorgefallen was patch 8.2.5 angeht und da muss man definitiv oder möchte ich drüber sprechen ich habe da eigentlich schon zwei videos zu aufgenommen aber das war mir etwas zu viel und ich möchte es ein bisschen prägnanter halten es soll jetzt nicht zu lange werden das video es ist natürlich wie ein podcast ist ja klar aber trotzdem der soll die 20 minuten nicht überschreiten von daher geben wir mal gas was ist jetzt eigentlich passiert also wie ich vermutet habe konnte es blizzard wirklich lange durchhalten und die cinematics sind erst wirklich dann zum vorschein gekommen als es nicht mehr anders ging diese cinematics haben es in sich wir haben de facto keine zwei cinematics sondern wir haben das erste cinematic das ist in dem so ein mit in-game grafik produziertes cinematic dann haben wir ein richtiges cinematic also wirklich in dem ja grandiosen design wie es eben auch schon zum beispiel zu also kurz vor battle for azeros der fall war und dann haben wir in dem sinne ein cinematic nach den ereignissen am tor von ogre komme ich gleich darauf zu sprechen zum einen für diejenigen die zu sylvanas gehalten haben und zum einen dann für diejenigen die immer zu der alten horde gehalten haben also im sinne ja gegensätzlich zu sylvanas die ihr entgegenstanden und dann haben wir wiederum noch ein weiteres cinematic das bezieht sich jetzt auf die allianz und da geht es um ein kurzes gespräch zwischen jana proudmoor seinem ihrem bruder der proudmoor und talia menacea und das ist auch ganz interessant geworden ich versuche ganz kurz zusammenzufassen was so das haupt in den jeweiligen cinematics war und am ende in dem sinne daraus dann ein ein großes ganzes und letztlich meine meinung irgendwie auch zu kreieren also in dem ersten cinematic in dem drei minuten cinematic sieht man wie anduin und sorfang sich treffen also war exorfang und da geht es darum dass sorfang noch mal klar macht dass alles oder vieles was er auch in der vergangenheit im namen der heute gemacht hat definitiv nicht ehrenvoll war und er ist eigentlich auch nicht verdient hat deswegen mit solchen namen wie strahle oder eben auch volgen in verbindung gebracht zu werden und natürlich fühlt er sich auch dafür letztlich eben auch verantwortlich was mit herrassil passiert ist wenn du ihn sagt wiederum nach dem motto doch nach dem motto du bist das was die alte horde in dem sinne ausmacht du bist in dem sinne du bist dieses dieses alte weltbild wenn man so möchte du bist das wofür die horde immer stand und sie waren das wiederum ist eben der klare gegensatz dazu und dann verlassen die das ich glaube es ich weiß nicht genau wo das stattfindet es sei auf jeden fall zwar in so einem so zerbombten turm ich weiß nicht genau wo das sein soll ob das mulgor ist ob das durothar ist ich weiß es nicht genau auf jeden fall nach diesem dieser diskussion also dieser konversation verlassen sie den turm und man sieht wie strahle und wie lottema und jana und so weiter wie sie eben vor ihnen stehen und dann sagen sie nach dem motto ja wir sind jetzt diejenigen in dem sinne die für beziehungsweise so fang wird von von seppi boy dann so gefragt irgendwie wofür das ganze und er sagt irgendwie für unsere heimat und dann sagt seppi boy acht für ogrema nein für azeros so nach dem motto und dieses erste cinematic da gab es eben den klaren hinweis da haben auch viele schon die youtube comments geschrieben ah ja okay also ab jetzt gibt es keine trennung mehr zwischen allianzen horde ja es gibt also nur noch die die in dem sinne azeros also den planeten die heimat unsere welt in dem sinne ja angreifen wollen leid zufügen wollen und dann haben wir in dem sinne diese verteidiger diese diese schützer also könnte man sagen allianz und horde gleich wird zur neuen fraktion und beide werden zur neuen fraktion protectors of azeros oder irgendwie so aber auch das ist eben eher fragwürdig das war das erste cinematic jetzt kommt das zweite cinematic das ist in dem sinne jetzt ja ich denke mal kurz zur zeit später denn wir sehen jetzt wie so fang wie strahl und wie viele andere in dem sinne jetzt vor ogrema stehen und so fang will einfach nicht dass jetzt dass es noch mehr blutvergießen gibt und deswegen sagte auch zu strahl so nach dem motto und das frais sagt zu ihm das war noch mal so und so eine sondern so ein rückblick oder so ein rückgriff noch mal auf dieses cinematic damals als als frail ja angegriffen werden sollte da in den in outlands also in den in der scherben welt und der hieß in dem motto nein wir wir verstecken uns nicht wie ich weiß nicht mehr genau den englischen ausdruck auf jeden fall wir wir halten dazu also wir zeigen uns und wir stellen uns dem ganzen so und jetzt sagt das vor fang in dem sind zu strahl und da war auch mir als zuschauer ganz sofort klar okay vor fang wird sterben denn er will in dem sinne einen einen kampf mit syrvanas direkt und syrvanas kommt auch raus und sie macht ihn schon ziemlich platt also auch physisch also auch mit den mit den waffen wenn man so will und dann wird das cinematic halt richtig gut ich komme jetzt am ende noch mal darauf zu sprechen wie gut die cinematics an sich waren aber jetzt nur erstmal nur auf den den inhalt wenn man so möchte es wird deswegen so gut weil jetzt hoffen in dem sind dann im innerhalb des kampfes so schreit so nach dem motto du hast die die hoffnung in dem ist auch durch deine teldrassier aktion niemals in dem sinne ähm äh unter weiß ich nicht zerstört die hoffnung lebt du wirst in dem sind die horde dem sind auch niemals zerstören sagt die motto wir werden alle in dem sind dagegen vorgehen und du wirst letztlich letztlich einfach scheitern und ja sie bekämpft ihn halt weiter und sagt das motto dass er ein verräter ist und dass ihr alle verräter seid also bezieht sich vor allem jetzt auch auf alle alle anführer und dann sagt sie sogar ihr seid alle nichts ja all nothing und dann sieht man halt wie ein ein untoten wächter oder was auch immer das ist so ein so ein ihr ihr untergebener wenn man so will diese weibliche untoten soldatien oder was auch immer auf jeden fall sieht man diesen blick diesen diesen diese millisekunde wie sie zu syvanas hinschaut und wir als zuschauer verstehen sofort also in der serie würde jetzt im letzten klar werden okay ab jetzt dreht sich das ganze das ist der turning point wenn man so möchte und sie sie bringen das nicht in in satzform sondern sie bringen das per mimik und das ist halt so gut wenn man das so rüberbringen kann ist es einfach großartig auf jeden fall sieht man okay ab jetzt hat sylvanas in dem sinne jetzt schon schon diesen einen schritt zu viel gemacht aber als zuschauer weiß man natürlich okay das wird aber nicht das ende sein sie wird definitiv ihn töten und das geniale ist genau in dem moment wo du als zuschauer jetzt denkst okay so aufhängt wird richtig krass er hat die waffe in dem sinne von von ähm anwins vater von ähm also er hat die waffen und jetzt im nahkampf jetzt geht es ab und genau in dem moment wo er auf sie in dem sinne losstürmt aus syvanas da haut sie ihn einfach mit dieser schattenfähigkeit einfach instant um also ist halt einfach nur ein schott wenn man den also wenn man so möchte und das war halt einfach krass weil du du wusstest zwar dass er sterben wird aber wie er letztlich stirbt ist wenn man so will unehrenhaft und sie sagt halt auch wieder und da komme ich später darauf zu sprechen sie sagt auch wieder sagt man ihr immer mit eurer scheiß ehre so nach dem motto was wollt ihr eigentlich mit eurer ehre was bringt euch denn letztlich eure ehre egal und dann fliegt sie in dem sinne weg wieder in dieser schattenhaften form als banshee wenn man so will und dann ja soll jetzt warak sawfang in dem sinne die ehre erhalten das heißt er soll soll eine 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 trauerfeier inmitten von ogrema geben und das krass ist halt das ist in dem cinematic hat so überragend gemacht wie sie also strahl und anduin sie tragen ihnen in dem sinne und dann sieht man wie jetzt auch die die untoten untergebenen wie die jetzt die türe oder die die tore diesen öffnen lassen aber man sieht auch einfach den respekt wenn man so in den augen der untoten da in dem sinne in diesem moment keiner mehr syvanas als warchief angesehen sondern alle haben in dem moment einfach nur den es war alles nur auf sawfang gerichtet das waren also die beiden großen cinematics und jetzt gibt es in dem sinne die cinematics die ja im nachhinein in dem sinne stattfinden das erste ist sagen wir mal für diejenigen die jetzt zu immer zu sawfang standen oder zu alten horde wie auch immer die auf jeden fall nicht syvanas loyal gegenüberstanden und das ist natürlich das was man halt erwartet hat es ist einfach diese trauerfeier und es ist nochmal dieser spruch was er alles eben auch als commander und so weiter geleistet hat und dass er immer eben dafür stand und auch wenn er selbst in dem sinne nicht gedacht hat dass er es letztlich verdient hat auch wie jetzt mit seinem sohn im todeverein zu sein wenn man so möchte und es war eben ein sehr pathetisches cinematic video das also es war ein video was sehr auf in dem sinne nochmal auf die bedeutung von sawfang in dem sinne aus war und dadurch dass eben auch jetzt die allianz anführer inmitten ogremas zu hause waren für zumindest ein paar minuten das ist schon es geht schon geht schon tief sagen wir es mal so das andere cinematic wiederum das ist etwas was ich in der form so nicht erwartet habe wir sehen nämlich jetzt sylvanas in den geistern in den ghostlands also in diesem blutelfen startgebiet wenn man so möchte im zweiten gebiet und wir kennen nämlich auch diesen diesen turm denn als blutelfen spieler haben wir da diese kampagne gemacht für die diese besondere rüstung und von daher das war jetzt nichts komplett neues aber viel wichtiger ist sie kommt da an und sie spricht zu dir als ja als ihr loyal vertraute wenn man so möchte ja gut dass du es raus geschafft hast aus ogrema hätte ja auch schief gehen können und ja der krieg ist jetzt scheinbar vorbei das motto aber das interessiert sie nicht wirklich sie sagt einfach nur ja der krieg ist vorbei aber es ist nun mal so wichtig ist bargain also sie spricht auf jeden fall hier aschara an queen aschara und sagt so nach dem motto jo die habe ich ja für meine zwecke jetzt schon ganz gut missbraucht oder sie 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 ist ein gutes mittel oder ein gutes beiwerk für meinen hauptplan für meinen masterplan wenn man sowohl masterplan und und auch ihr 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 master also ihr meister ihm wird es ähnlicher gehen jetzt kommt etwas das werde ich gleich analysieren aber das kommt jetzt muss man jetzt einfach nur inhaltlich ansprechen und dann sagt sie ja und am ende wird auch er dem tode dienen and he will serve das das war schon das war krass und dann sagte motto ja aber ist jetzt erst mal egal es geht jetzt um wichtiges wir müssen jetzt preparations must be done also wir müssen jetzt erst mal um unsere vor vorbereitungen vorkehrungen kümmern gut das war also dann das video für die loyal syrvanas gegenüber weiß ich nicht spieler also gegenüberstehenden spieler wie auch immer und dann haben wir noch eins für die allianz das gilt aber auch für die horde das ist jetzt in dem sinn noch mal ja es bezieht sich noch mal vor allem auf die beziehung zwischen jana und ihrem bruder aber auch kalia minnesil und es geht darum dass derik zu kalia sagt so nach dem motto ja er ist ja froh dass er sie hatte weil sie ihm dabei geholfen hat so nach dem motto dass er mit seinem sehr schwierigen status in dem sinn klar kommt also er ist jetzt zum untoten geworden aber durch ihre hilfe in dem sinn konnte er damit etwas besser klarkommen und das sagt glaube ich jana in dem moment sie stellt die frage irgendwie ob kalia nicht doch mehr hilfestellung leisten könnte so und dann ist es aber eher so zurückhaltend von kalia ist also eher so so ja man könnte vielleicht sogar sagen es ist was für fürs herz nach diesem sehr sehr nerven aufreibenden ausgang jetzt was sorfangs tod angeht das sind also all die cinematics oder all die videos wie man so möchte also wir haben im ganzen fünf videos wir haben die zwei großen cinematics dann haben wir jeweils 1 jeweils 1 für also im nachhinein für die loyalen und für die nicht loyalen oder illoyalen und dann haben wir noch eins was sich dem sind noch mal ein bisschen mehr auf die allianz damit zieht jetzt kommt die große frage und ich versuche mich auch wirklich schnell schnell zu halten also kurz zu halten und schnell zu reden und dass es aber zu nervig wird und was will das ganze jetzt also was was lernen wir jetzt durch all die cinematics ich habe ein video aufgenommen wie ich nur über in dem sondern das haupt cinematic über den kampf vor den toren ogomas gesprochen habe aber am ende reicht das nicht aus man muss halt wirklich dann das große ganze sehen und wenn ich schon anspreche es ist das große ganze und genau in diesem zusammen muss man sylvanas nennen diese videos zeigen uns sylvanas wie wir sie in letzter zeit immer erlebt haben die rachsüchtige die moralisch verwerfliche die brutale die die mit ehren nichts anfangen kann die sich um weder um die allianz noch um die horde kümmert die sich eigentlich vor allem nur auf auf ihre ihre zunft in dem sinn bezieht die sehen wir zum einen und wie sie sich schon fast lächelt also er lustig macht ist falsch aber wie sie noch einmal nicht nur sawfang es gegenüber also ihm entgegenschreit sondern eben auch vielleicht sogar uns als spieler sonst macht ihr immer mit eurer fucking fucking ehre was bringt euch denn all die ehre ihr redet immer von ehre und von zusammengehörigkeit und von einem ganzen und so weiter was habt ihr denn alles davon so und in diesem zusammenhang muss man definitiv ansprechen dass die durch die cinematics die wir heute gesehen haben also ich habe es jetzt natürlich nur auf youtube gesehen weil der patch ja morgen erst released wird in europa aber durch das was wir gesehen haben sind die leaks die ich angesprochen habe auch im letzten video nicht unmöglich diese videos in dem sinne haben nur ein großes fragezeichen aufgebaut dieses fragezeichen das ist das was in dem sinne jetzt zu entschlüsseln ist was in nächsten wochen monaten der fall sein sollte dafür allein aus diesem grund warte ich jetzt auf die ganzen pyromancer videos auf detailliersten und abitur videos und ähm vielleicht sogar wenn in den uv videos einfach damit man vielleicht noch mehr die haben ja noch mehr ahnung davon viel mehr ahnung ich bin ja wirklich nur ein bisschen drin dass die ja noch mehr in dem so das ganze auch noch mal ähm erklären und erläutern weil es ist klar wir haben nicht mehr dazu gelernt wir sind genauso schlau wie gestern wie sagen wir heute morgen wir sind nicht schlauer was wir gelernt haben ist dass sorfang am ende den tod gefunden hat das hat eigentlich jeder erwartet wenn man ehrlich ist aber wie er ihn erfahren hat das ist das traurige wiederum auch aber das ist das was zu sylvanas passt sylvanas ist letztlich in dem sinne einfach ein charakter so wie er sie sich immer präsentiert er einfach kein also so blöd es klingt aber ihr kennt vielleicht alle diese ganzen hier kampfsport filme und ich glaube es war was von das ratetiger glaube ich der allererste teil auf jeden fall ich oder war es irgendwie auf jeden fall irgendein karate film und da gibt es immer wieder diesen 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 sensei von dem an verstrichen bösen gegner und der sagt zum motto ja du darfst keine keine skrupel haben du darfst in dem sinne ja ehrenhaft kämpfen bringt ja auch nichts du musst einfach nur gewinnen also spricht der sieg steht egal über allem egal wie so und das kommt mir halt auch so vor ja sorfang derjenige so nach dem motto der der sensei des 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 guten karate tigers auf jeden fall des guten kämpfers ja wo es wirklich um um würde geht und um um dass man sich an die regeln hält und um einen ehrenvollen umgang miteinander einen respektvollen umgang und sylvanas sagt am ende ist einfach diejenigen die dafür sagt komm ihr immer mit eurer ehre und mit eurem ähm ähm ja schon fast diesem diesem alt modischen gedanken irgendwie dass das hier alles so eins wird es am ende spielt es keine rolle und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen punkt warum sie sich so präsentiert es ist ihr glaube ich egal ob sorfang durch ihre fähigkeit den tod findet oder durch irgendjemand anderen es ist für sie auch egal ob tel drassil ob da letztlich ähm wie viele letztlich gestorben sind aber es weiß ich nicht an verstehen ob es tausende waren oder tausende tausende und eins oder so also für sie ist nicht entscheidend was eigentlich passiert sondern nur dass es passiert und genau das bekräftigt mich in meiner vermutung dass die leaks weiterhin bestand haben könnten dass sie weiterhin von relevanz ausfallen könnten denn gerade in dem video was ich auf die also an die loyalen spieler in dem seien richtet da sagt sie nach dem motto ja am ende wird auch ne sos also auch asharas meister dem tode dienen so und da meint sie natürlich mit ja klar ich habe die dazu gebracht dass die erstmal habe ich die dazu gebracht dass die allianz und die horde dass es kein zerwürfnis mehr gibt dass es auch in dem sind dass die also durch diesen diesen krieg letztlich auch so geeinigt sind dass sie eben auch stärker geworden sind und zum anderen hat sie ja auch uns dazu gebracht dass wir aschara bekämpfen und dadurch dass die aschara bekämpfen ist es ja auch klar dass wir wenn wir aschara bekämpfen dass wir ihren meister bekämpfen werden und wenn der meister tot ist in dem sinne dann hilft das silvanas und ihrem plan oder ihrem 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 ihre abmachung mit hell ja denn wenn die shell lans liegt ja stimmen dann ist es ja so dass egal wie dass die seelen innerhalb der schatten dann also innerhalb der shell lans niemals dem der void also der leere oder eben den alten göttern je nachdem irgendwie zugute kommen also eigentlich sagte liegt hier aus dass ne sos diese seelen eben absorbiert und silvanas in dem sinne will das verhindern die seelen in dem sinne sollen 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 hell ja dienen und nicht den alten göttern von daher ist es ihr egal wie sie es macht es ist ihr egal was passiert so blöd es klingt sie denkt in dem sinne in einem größeren kontext und dadurch dass sie im größeren kontext denkt sagt sie auch etwas in einem video was ganz wichtig ist sie sagt nämlich sie spricht von seelen und dass die seelen durch die dunkelheit in dem sinne verschlungen werden und jetzt darf man dreimal drüber nachdenken oder dreimal raten was denn die dunkelheit sein kann darkness naja ganz klar es geht um die leere es geht um die void und das ist genau das ist dieser super große hinweis der meinung nach auf shadowlands definitiv ähm ähm das definitiv nochmal in dem sinne unterstreicht denn sie sagt ich sehe das wenn ihr wüsstet wie ich was ich in dem sinne euch sehe sie sieht also nicht uns als helden sie sieht nicht die allianzanführer oder hordenanführer sie sieht letztlich nur dieses kollektiv aus irgendwelchen figuren die zusammen in dem sinne gegen etwas größeres kämpfen und sie braucht wiederum aber dieses große ganze diese 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 stärke dieser durch diese einheit durch diese vielleicht sogar ähm verbundenheit denn nur als das kann in dem sinne etwas größeres bekämpft werden heißt also dass ich definitiv langsam davon überzeugt bin dass das was pyromancer seit monaten sagt der fall ist ich glaube dass er definitiv recht hat all das was sie gemacht hat in battle for azeroth und auch schon davor war darauf ausgelegt dass sie am ende die böse ist dass sie das pure böse ist und dass alles darauf ausgelegt ist dass sie bekämpft wird aber und da bin ich von überzeugt das ist ihr egal wenn man so will sie nimmt es hin sie ich habe auch schon in einem video gesagt das ist natürlich ein bisschen deplatziert aber egal sie ist so ein bisschen wie bei einer fußballmannschaft die gerade richtig schlecht gespielt hat der trainer der in dem sinne alles auf sich nimmt die ganze kritik und in den die nächsten drei wochen steht es nur irgendwie steht nur alles in den in den medien in sozialen medien wo auch immer wie schlecht die mannschaft ist und wie schlecht der trainer ist aber dadurch dass der trainer in dem sinne all diesen hate wenn man so will absorbiert wird dadurch in dem sinne aber die mannschaft geschützt oder der verein und hier ist es so ein bisschen ähnlich dadurch dass syvanas ja alles auf sich zieht gibt es auch für den spieler als als überlegung nur noch die horde und die allianz als gemeinsamkeit und dann haben wir sylvanas man kann noch sagen vielleicht sylvanas und nathanos und ihre verbündeten oder ihre untergebenen aber alles andere und das sieht man ja auch in der cinematic distanziert sich von ihr das heißt sie sie wird in dem sinne aus diesem kosmos rausgezogen sie ist nicht mehr warchief sie sie hat sich nie als warchief empfunden und sie ist es auch nicht mehr aber auch das spielt ihr in die karten wenn man so will denn alles ist darauf ausgelegt dass etwas großes größeres in dem sinne bekämpft wird und das mit diesen seelen und dieses wie wenn ihr wüsstet wie ich euch wahrnehme das zeigt einfach dass sie hier nicht in ja in einem menschlichen also dass sie das ganz nicht als auf menschlicher ebene sieht sondern dass sie das eben auf größer ebene sieht und wenn die shadow lines league stimmen dann muss sie jetzt etwas machen in 8.3 und sie sagt ja auch in dem video irgendwie preparations must be done also es geht jetzt erstmal um vier um vorkehrungen sie muss also etwas hinbekommen damit damit in dem sinne es noch klarer wird dass wir als als die helden wenn man so will gemeinsam jetzt ähm natürlich gegen sie ziehen aber auch vielleicht sogar gegen nezoss denn sie profitiert ja davon das heißt sie versucht eigentlich beide auszuspielen sie versucht aschara auszuspielen und nezoss auszuspielen sie versucht das ganze in dem sinne zu nutzen um damit wahrscheinlich in den shadow lines irgendwie ähm davon zu profitieren das heißt die leaks können noch eintreten sie sind durch die videos heute nicht ausgeschlossen was ich nur etwas seltsam finde ist dass innerhalb der cinematics heute vor allem der im fokus ja auf dieser gemeinsamkeit liegt das lässt den schluss schon zu dass es in der nächsten expansion keine wirkliche trennen zwischen allianz und horde mehr gibt auf der anderen seite bis dahin ist noch viel zeit und es kann sich noch viel entwickeln es reicht ja aus dass in dem sinne eine kooperation vorherrscht aber trotzdem kann es heißt es ja nicht dass jetzt in dem sinne auch was die gameplay mechaniken angeht dass jetzt einfach alle zusammen irgendwie in ogrema rumstehen oder in stormwind oder wo auch immer also ganz spannend aber eines ist ganz klar sylvanas ist nicht das pure böse und ich kann dazu nicht so gute videos machen wie andere youtuber aber gerade pyromancer wird da glaube ich ein sehr gutes video zu aufnehmen denn der das also der sagt das schon seit langer zeit es sie ist nicht das pure böse sie ist einfach nur ein wesen die das in dem sinne ja in anderen sphären denkt so blöd es klingt wenn man davon ausgeht dass ihre denkweise stimmt wenn am ende alles für den tod gedacht ist dann ist es doch egal aus ihrer sicht wie in den in die schatten landen gelangen also wie man letztlich dem tod dienen kann es ist nur wichtig dass dem tod gedient wird und dass ne sos sogar dass sogar er am ende dem tod dienen wird und das wiederum unterstreicht noch einmal dass wenn sie sogar will dass ne sos in dem sinne dem tode dient dann würde das wiederum bedeuten dass wir hier noch eine höhere ebene haben und das ist das wovon pyromancer immer spricht dass nämlich am ende es einzig und allein darum geht dass es zum kampf mit der void kommt mit der lehre und dass die alten götter hier ähm zwar mit rein aber dass das große der große endkampf wenn man so will sich vor allem auf die void bezieht auf die lehre und gut pyromancer geht noch weiter und bringt da hier noch die titanen mit rein das wird jetzt zu lange gehen aber die cinematics heute haben einfach gut getan sie haben nochmal unterstrichen dass blizzard storytelling kann sie haben unterstrichen dass sie richtig tolle cinematics können und dass sie vor allem auch selbst in den cinematics wenn nicht so viel text vorkommt dass sie genau sinnvolle text passagen mit ein also versuchen einzubauen denn gerade wenn man in das gesicht von so fang schaut wirklich ihm ins gesicht also auf sein gesicht oder im sag mal wenn man nur auf seine augen achtet das ist solch eine emotionalität die da aufkommt das schaffen wenig serien sage ich mal und das ist etwas ganz ganz großartiges und deswegen so schlecht bfa immer wieder auch gemacht wird was die story angeht ist bfa für mich das beste was es in wo w jemals gegeben hat ich finde die story besser als in legion und was natürlich interessant wird und damit komme ich jetzt auch zum ende ist was passiert denn jetzt eigentlich sylvanas ist geflohen nachdem sie saufern getötet hat und sagt jetzt so nach dem motto ja wir müssen vorkehrungen treffen und dann wiederum sind jetzt in dem sind jetzt die 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 fraktion jetzt erstmal wohl geeint so jetzt die frage was passiert jetzt geht es jetzt darum dass dass jetzt sylvanas gejagt wird oder wird sie irgendwie angreifen wird sie wieder irgendetwas machen was so schlimm ist ich meine sie hat sylvanas abgefackelt sie hat sorfang getötet was soll sonst noch passieren ich glaube dass wir das schon sehr bald erfahren werden und ich glaube dass wenn shadowlands stimmt wenn der league wirklich stimmt wenn das die neue erweiterung sein wird dann wird meiner Meinung nach auch das mit patch 8.3 definitiv stimmen das heißt dann kommt es auch zu der schlacht in stormwind aber wie das ganze am ende umgesetzt wird das weiß ich nicht aber ich bin gespannt ich glaube wir werden es schon bald erfahren ich glaube patch 8.3 wird definitiv vor der blizzcon angekündigt ich glaube das wäre einfach schwierig ich glaube das hat Blizzard noch nie gemacht dass sie einen patch ankündigen und danach direkt die expansion das macht wenig sinn von daher mal schauen aber eins ist klar die cinematics haben eins unterstrichen auch wenn jeder jetzt der sich nur so ein bisschen damit beschäftigt und ich nehme mich damit damit nicht raus ich bin da nicht so tief drin wie pyromancer zum Beispiel die meisten denken Sylvanas ist jetzt einfach der bösewicht du hast wirklich eine dualistische wertvorstellung du hast einmal die guten und die bösen und sie ist in dem Sinne das pure böse und wir als gute müssen jetzt dagegen kämpfen das war bei in wow sehr selten der fall dazzling in dem Sinne war auch nie das pure böse ist ja auch vor allem durch die alten götter damals kompiert worden ähm ja wenn man so möchte Sageras ist auch nicht das pure böse es gibt in in der wow oder in der warcraft lore nicht wirklich das pure böse es gibt nicht einfach eine dualistische vorstellung in vielen fällen ist es einfach doch sehr ähm sehr schwarz weiß gehalten es gibt halt so so grautöne und Sylvanas ist für mich auch ein morally gray character es ist ein moralisch also moralisch gesehen ein grauton der sie ausmacht man kann nicht sagen dass sie einfach alles was sie tut ist das pure böse oder es ist auf das pure böse ausgelegt sie verfolgt diesen masterplan diesen einen plan und dieser plan und scheinbar setzt sie den gerade gut um weil sie auch sagt ja wir kommen oder es hat sich danach angehört wir kommen der Sache immer näher wenn man so möchte und allem alles alles was da ja was da reinfällt alles wird diesem großen Plan untergeordnet sowohl ihre Handlung als auch die Person mit ähm dem sie zu tun hat und wenn Saurfang stirbt dann stirbt Saurfang und wenn Teldrassil abgefackelt wird dann wird Teldrassil abgefackelt und wenn Undercity in Gift gehüllt wird dann wird Undercity in Gift gehüllt sie sieht einfach uns und das sagt sie mehrmals das hat sie jetzt nochmal ausdrücklich gesagt wenn ihr wüsstet wie ich euch sehe und das ich sag's immer wieder also ich glaube ich glaube es wirklich wenn sie also sie ist scheinbar in solch einer in solch einer Gedankenwelt dass sie etwas ganz anders wahrnimmt und sie nimmt uns auch anders wahr und ich glaube nicht dass das nur auf ähm auf euch als zum Beispiel jetzt als Anführer der Horde Allianz ausgelegt ist ich glaube das ist auf das Gesamte ausgelegt das ist auf alle Sterblichen ausgelegt das ist einfach auf Azeroth ausgelegt auf den gesamten Planeten auf all das was in dem Sinne was das ausmacht und wenn ihr wüsstet so nach dem Motto was mein Plan ist dann würdet ihr vielleicht es anders sehen und würdet mit mir anders umgehen aber wir als Zuschauer werden es wahrscheinlich erst frühestens Anfang der nächsten Erweiterung in dem Sinne erfahren und vielleicht wird man dann auch Silvanas anders wahrnehmen und bevor ich jetzt komplett Schiss sage noch einen ganz kleinen Hinweis das fand ich einen ganz guten YouTube Comment der meinte irgendwie so in ein zwei Jahren oder so da wird es vielleicht sogar in Stormund als auch in Ogrema eine Statue geben die in dem Sinne Silvanas ehrt ob das der Fall ist werden wir sehen aber ich glaube trotzdem Silvanas verfolgt einen Plan und dieser ist moralisch so verwerflich wie er nur sein kann aber er wird durchgeführt er wird ausgeführt und egal was dazu gehört es wird alles durchgeführt sie macht einfach keine Gefangenen für sie gibt es in dem Sinne nur diesen einen Plan und den verfolgt sie komme was wolle und dafür nimmt sie auch alles auf sich jeden Hass jede in dem Sinne Kritik was auch immer das alles ist in dem Sinne wenn man sich jetzt wirklich wenn man sagt es gibt wirklich am Ende diesen großen Kampf die 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 Lebenden oder die die Sterblichen gegen die Void gegen das gegen die Leere auch schon zu Teilen in den Schatten landen dann dann gehört das eben dazu dann ist das eben einfach so am Ende sagt sie immer wieder werden wir alle dem Tode dienen also mir interessiert ist was in unserer menschlichen Welt was in unserer sterblichen Welt letztlich passiert am Ende ist das in diesem alles eine opportunistische Vorstellung am Ende dienen wir alle dem Tode und nicht dem Leben macht es gut bis zum nächsten Video Ciao